Peristaltik ist ein Bewegungsmuster von hohlen Organen, zum Beispiel Darm, das durch eine lokal synchronisierte Aktivität der glatten Muskelzellen entsteht. Charakteristisch für die Peristaltik sind wellenförmig verlaufende Kontraktions- und Entspannungsphasen der Längs- und Ringmuskulatur, die an die Bewegung von Regenwürmern erinnern. Untertitelung des ZDF, 2020 Bei der Darmperistaltik unterscheidet man nicht propulsive Peristaltik. Sie besteht aus ringförmigen, lokalen Kontraktionswellen, die der Durchmischung des Darminhalts, Kymos, dienen. Propulsive Peristaltik Sie dient unter Einbeziehung der Längsmuskulatur des Darms, dem Weitertransport des Darminhalts. Autograde Peristaltik Einhaltung der normalen Transportrichtung Retrograde Peristaltik Umkehrung der normalen Transportrichtung, zum Beispiel chirurgisch zur Verlangsamung der Durchlaufzeit. Laufzeit Untertitelung des ZDF, 2020